Also, noch einmal das Sölten. Das war doch mal knapp. Ja. So, jetzt haben wir ihn gleich. Dann... Jaaaaaaah! Der kommt hier in den Sölten. Der kommt hier in den Sölten. Jetzt kommt hier in den Sölten. Oh! Scheisse, knapp. Sieht aus, als müsstest du auf die Freiheitsstatue. Jojo, sieht aus. Ah, Freiheitsstatue, das ist mir nicht mal aufgefallen. Scheiße, ich muss mal auffallen. Auch nicht. Ach, nein. Nein! Nein! Das ist nicht doch ein Sprache noch. Wann geht es? Nein, nein. Ah, nein, nein, nein. Ah, nein, 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 nein. Ich hatte erst gesehen, dann stuhren. Oh, 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 oh. Jojo. Mann, ha ha, ich dachte dann abkommt. Ja, einen schönen Wachter. Da gehst du dann nicht mehr. Mein Gott, dass ich jetzt abfrage. Ich hab ihn mal eingenehm. 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 Da sind wir wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterher zu schicken. Zur Zeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit Novize. Dann kommt er auf die Brücke. Dann gibt es auch eine Vorbereitung. schon, das ist ja okay. Hehehe, sie ist gut. Und jetzt ist es eine große Herausforderung. Und jetzt geht's, was ich? Oh, das ist ein Problem. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja, oh, ja! Oh, ja, oh, ja! Oh, ja, oh, ja! Oh, ja! Oh, ja, oh, ja! Oh, ja, oh, ja, oh, ja! Ob sie garpe wenigstens viel, ob nur irgendwas. Oh, ja, oh, ja! Was ist los? Sie garpe, nein, ungefähr. Oh, ja, was ist das? Oh, ja, was ist das? Oh, ja, oh, ja! Was ist los? Oh, ja! Oh, ja, oh, ja! Oh, ja, oh! Oh, ja, oh! Oh, ja, oh! Oh, ja, oh! They have loads hot ! Yeah! Ein wenig. So, wo stecken wir? Ja, wir haben ja schon einiges aufgeteckt. Es gibt über viele Sachen zum Eis haben wir. Es gibt einen kleinen, einen kleinen, einen kleinen ... Es hat den Kopf gesagt. Ich habe mich eigentlich auch hier gewusst. Ich weiß, dass ich jetzt nicht so etwas machen soll. sondern es ist nicht unbedingt so. Und wir können jetzt mal mit dem R Перzeichen schnaalten Hülburg. Dann können wir gleich dort hin und schauen, wie viel Geld wir haben. Je nachdem, wenn ich sie heute auch einflüchten werde. Alle Geschosse, bis zum Obergeschoss, gekauft. Kostet zwar nicht eine ganze Menge. Das heisst dann einfach mit den Fischteneinsammeln. Also, ich drücke da wieder schnell die Hände. Der geht wieder zurück. So, wir sind wieder zurück. Das sieht doch ganz nice aus hier. Auch ihr müsst alles geben für das Wohl Frankreichs Bürger. Unser tägliches Leben wird sicher unter dem Propor... Dann können wir schnell die Händler blündern, wenn wir die Hände hinziehen. Finde ich auch schade. Das kann schon so wirklich ganz wenig. 104 und die Händler ist wohl... Das ist ja nichts. Ich hoffe, das kann man nicht in Freiserien finden. Das ist ja nichts. Ja, 104. Was ist 104? Eine Kistenplünder habe ich auch noch 300. Äh, Renovierungen. Eben dort schon haben wir. Alle, die sagen... Der letzte ist nicht. 15. Satt. 14. Hahahaha Hier habe ich noch eine... Ja, das war gut. Ähm, was gehen wir jetzt noch? Dann haben wir da... Ach ja, wir wollen es gerne nachdenken. Ich werde jetzt nehmen sie ja. Okay, da haben wir sie morgen. hallo wieder einmal guten abend bei mir ist wie immer madame leclerc noch einmal viele seltene manuskripte sind in derzeit mein kontakt am plastophil und rettet was ihr könnt wir werden ihnen hier ein schönes ich weiß ja auch nimmst du nicht nebenkommt doch einer das ist doch ein spack Äh, der andere hat jetzt keine Zeit, wir haben noch 500 Meter zusammengegangen. Äh, hallo? Ja, 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 ja. Äh, äh, äh. Äh, äh. Ja, ganz schön, weil ich jetzt nicht mehr. Ja, ganz schön. Äh, äh, ich bin schnell, aber kann man nicht. Ja, ganz schön. Ja, ganz schön. Was war denn das? Ja, das ist ein Schuss. Nein, ich bin ein Schuss. Ja, 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 ich bin ein Schuss. runter du, oder den müsstest du ja nicht jetzt, äh... Das ist wieder so etwas, wo dann einfach alle blieb. Der blieb einfach alle, ich weiss nicht warum. Ich weiss Gott, ich weiss nicht warum. Ist das so ein Idiot? Nein, nicht vergessen, ich bin beschrieben. Hey komm, schammt doch bitte dort rüber geh, hey, ehrlich und so. Was hat denn für ein Problem, ey? Ich hoffe sie machen etwas wie beim nächsten Bench. Ja, jetzt hat es sein können. Sooo, haben wir wirklich gesagt, es gibt. Das war gestern in deiner Schenke. Du verkaufst mehr als du uns mögest. Das macht deine Geschäfte. Ei, ei, ei. Es ist nicht fett und zu betrügen. Nein, 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 nein. Oh, voilà. sie haben den großteil von monsieur de chance bibliothek verbrannt bitte hat sich was ihr könnt es funktioniert machen wir das ja 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 Der Mensch ist ein Mann, der ist ein Mann, der ist ein Mann, der ist ein Mann! das ist noch Das muss ich sagen, das ist gar nicht Nein, 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 nein Ich gebe nicht auf, du Hurensohn! Blümperer will die noch Irgendwas, was kann ich mit deinem Arsch da machen Boah, wie ein Freundin schon gehört Oh ja Fortschrittsverreiß, dass es nicht So So Halt, stehen bleiben Bam Jetzt kannst du dir liegen bleiben So, rum weg Hoppla So Haben wir doch wieder eine Mission geschaffen Und es geht dann noch etwa 5.000 Ante zu machen Gut, dann wollen wir da mal schnell Ja, die ist jetzt noch nice Gesehen, ich glaube aber Und wieder 500 Ante Was haben wir denn schon jetzt? Gut, jetzt machen wir zuerst mal ein bisschen weiter Sagen wir Danke auf die Tür schauen Und tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal So